Sorgen Vorlesungen auf Englisch für schlechtere Noten im Studium? Eine Studie auf Schweden kommt genau zu diesem Schluss. Getestet wurden dabei zwei Studentengruppen eines Einführungskurses für Programmierung. Der eine Teil wurde zufällig auf Englischer und der andere auf Schwedischer Lehrsprache unterrichtet. Bei einem Wissenstest im Anschluss waren die Studenten, die auf ihrer Muttersprache unterrichtet wurden, deutlich besser, nämlich 25 Prozent, als der englische Teil. Natürlich ist das nur ein ganz spezieller Fall, das sagen auch die Autoren der Studie, aber es gibt Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen aus den Niederlanden und Australien. Das schreibt die FAZ und stellt zudem fest, dass Englisch als Unterrichtssprache nicht besonders beliebt bei den Studenten ist. Wie ist das bei dir? Hast du viele Vorlesungen auf Englisch und findest du es gut oder eher problematisch? Schreib das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie du das siehst.